Nächster. Ja, also mein Name ist Martina. Ich fotografiere eigentlich ganz andere Sachen, Wassertropfe in aller Art und Weise. Und ich war im Reptilium gewesen und seitdem bin ich infiziert. Wir hatten mal eine Studioblitzanlage bei mir aufgebaut, haben ein bisschen ausprobiert. Ja, und heute will ich mehr lernen. Toll, ich leere ganz kurz das Licht immer, weil das ja von Interessen vergeben ist, denke ich mal. Das ist jetzt ein einfaches Licht. Frontal. Beauty-Dicht. Mit einem Verhüterchen oben drüber. Das ist ganz wichtig. Dadurch wird das ein bisschen abgesoftet. So, ja. Guck mich an. So. Ja. So, gut. Perfekt. Also nochmal. Jetzt, das wirkt viel besser. Am Hals, ja. Ist sehr verholt. Erst kaputt. Jawohl. Also. So, ich hab's hier. Hast du die CD? Nee, ich hab keine CD. Ich will die CD. Ja. Dann ist er nicht scharf. Dann hat er oberen oder ein. Jetzt heißt er, dass der Settler hat es genau. Der hat gestaltet werden. Ja, genau. Ja. 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 Ja.